heute willkommen zum ersten unboxing von chris one cards heute anboxen wir mw hoops 2023 24 22 box ok lasst uns mal beginnen oder die folie ist ab los geht's ich werde ein bisschen platz machen hier legen jetzt gut also let's go lassen wir euch nicht warten kate cunningham jay sheen tate deandre ayton jayden ivy osman diang stoffen curry den haben wir da brent miller rookie devon nuggets wir haben da den rookie julian starter gut erste packung war mal nichts zweite packung kelly obri therese maxi markel fultz malz turner achja zum dazusagen ich bin ein sehr großer pesos fan jackson hayes kobe brown schau mal da nix die spieler gab vincent kairi irving nett sehr nett die karte nix die spieler da haben wir ja schon gespoilert kairi irving singen die er und fox moment paul iverson sehr schön echt nices motiv ryan rupert junius ante de compo und was haben wir da oh road to the finals eine sehr schöne karte rj barrett cruise of heat with game five heroics oh that is shiny that is so shiny bisschen was glaube ich aber nicht nicht der rede werden spiegelt nur so komisch entscheide die ich gebe sie gleich einmal in eine folie kleiner trick die folie auf der seite bis sie anschneiden damit den ecken ja nichts passiert so vorher für effekt sie gleitet richtig schön erste im brief nächste packung musste sein lernen so zu halten ui ok davin bocker der marty rosen victor oladipo mittlerweile ist er schon bei houston rockets er wurde wieder getradet von oklahoma city die wollten nicht so ist das leben der marty rosen ist er was kommt auf uns zu ein ignition chain hocefino für eine karte dann auf zum nächsten tag stapel kurz richten so let's go nächste packung diesen halte ich sie auch richtig und jetzt ist feiner packen dann wieder aus dem sinn kenters koha ich kann den namen nicht aussprechen kohle probe damien lillard kenya martin junior der vion mit bojan bogdanovic fand ich bin den pesos extrem cool bei detroit ich weiß nicht ob er sich wohlfühlt armen thompson also ich mag die thompson brüder sehr sympathisch und wieder ein stoffen curry und eine lille gillias alexander auf zum nächsten tag aber wie sie so feierlich sehr sehr nette spiele sehr aufregend naja für detroit wohl nicht quentin grimes royce o'neill chris middleton der andere poktanovic bockton poktanovic keine brüder trey murphy der dritte dann kommt der vierte oh einer meiner lieblings rookies dieses jahr jamie shaquez junior sehr der geht ab der tut jared vanderbilt ja oh rookie rookie cut hüsten rocker amon thompson attack the rack sehr sehr schön also die motive von nb hoops dieses jahr gefallen hat richtig richtig gut wieder ins lief denn man will ja nicht dass die karten irgendwie kaputt werden echt den schönsten zustand haben solange es geht nächste packung ok das ist ja nichts das ist ja nichts also er ist nicht an nichts aber naja lamela ball rudy gobert rudy gobert paolo banchero 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 oder wie sprecht die hinaus aaron wiggins schreibt mal in den kommentaren ist das der bruder vom anderen wiggins carys levert ja ja leider nicht nur bei den paces konstanter als die meisten hunter tyson chris paul uh nice marcus smart uh uh seht ihr was seht ihr was ich sehe ah numbered auf 199 marcus smart aber oben ein bisschen naja fresh out the box aber produkt aber eine schöne karte für jeden fall nächste packung wird sogar spannend ich sehe ich sehe was du nicht siehst und das ist bradley p gut brock lopez kevin love trey trey julian phillips jason tatum darik whitehead we got next jaylen hocefino und so m ne und so Donovan Mitchell, Spencer Dinwiddie, Dyson Daniels, Richard Holmes, James Sachs, Nikola Jokic, Seth Lundy, Anti-Gravity, Zion Williams ohne Holo, naja, ich find's ja geil, so schaut dein Po aus, wenn du zu McDonalds gehst. Nächstes Pack, was haben wir heute in dieser Packung, Robert Williams, der Dritte, dürfte, soweit ich weiß, bei den Blazers sagen, wenn ich mich nicht hier, Nas Reed, Jamie Johnson, von dem habe ich sogar einen Goodwin-Outdruck gemacht, Luke Kennard, Ben Shepard, ihn mag ich, er kriegt viel zu wenig Minuten, viel zu wenig. Okay, ich mag die Peser sehr, aber Karl ist wirklich fragwürdig. Austin Reeves, Brandon Potzimsky, da, oh, Jamie Jaquez, Junior, oh yeah. Oh yeah, mit Holo-Effekt. Schauen wir mal, ob es umgehen geht. Sieht, geht nicht, das war der Vorführeffekt, immer einschneiden, das spart viele Probleme. Jetzt gleitet sie. Yes, so. Ah ja, wenn ihr mal einen schiefen CRISPR habt, da ist drunter. Nächste Packung. Mark Williams, Dubias Harris, Laurie MacKinnon, MacKinnon, sorry, Bones Highland, Kevin Hötter, Arsaint Thompson, Julian Stewart, und was haben wir hier, warten Sie, machen wir so, drehen wir um. Oh, das wird euch gefallen. New York Knicks, High Vortage, Holo, Jane Bronson, nice. Sehr nice. Aber, die Karte hat eine leichte Delle vorne. Weiß nicht, ob ihr das seht. Da. Also, wenn ihr sie mal auf meinen E-Bis seht, genau schauen. Aber, trotzdem eine endgeile Karte. So, nächste Packung. Look. Okay. Mitchell Robinson. MacKlund. Ist das unser Autogramm? Warum ist die verkehrt drin? Kay Jones. Jordan Clarkson. Robert Conn. Winkton. Connick. Ja. Cameron Payne. Sehr unsympathisch. Bryson Spock. Sensor Ball. Also, das ist mein Name. Uh. Ein Jabari Smith. Epic. Lilla. Sorry. Shiny. Sehr, sehr shiny. Bin ich schon wieder da. Merkst. So, dieses Mal reiße ich es auf. Erst werde ich es wieder umgedrehen. Den ist rüber. Sorry. Ich mag ihn nicht. Kawhi Leonard. George Giddy. Jaden Hardy. Okay. Kayonte George. Uh. Scoot Henderson. Oh. Ich glaube wir haben unser Autogramm. Oder nein? Detroit Piston. Oh. Jalen Duran. Oh. Motherfucker. Uh. Ich glaube da freuen sich einige von euch, wenn sie das sehen. Jalen fucking Duran. Naja. Jetzt wird mein Video zensiert. Egal. Es ist fucking Duran. So. Die legen wir mal vorsichtig hin. Auch wenn sie gerade 28 Spiele hintereinander verloren haben. Also wenn sie 28 Spiele hintereinander verloren haben. Sie sind trotzdem ein guter Spieler. Aber sie passen bei Gott nicht zusammen. An Jalen Duran Autogramm. Und ein Kai Kuzma. City Edition. Ganz vergessen. Naja. Ich glaube. Kai Kuzma. Da kann man den gern vergessen. Jalen Duran ist schon ein neues Spieler. Kai Kuzma. So. Nächstes Pack. Uh. 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 Ich glaube das ist eine geile Insert. Ich glaube das ist geil. Bobby Portis. Christoph Spusingas. Dejante Mary. Herbert Jones. Ich drehe es nochmal um. Moses Moody. 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 Bates. Brandon Miller. NBA Champions. Jetzt passt es auf. Wutsch. Shiny funkelnd NBA Champions. Denver Nuggets. Erster Titel von Denver. Richtig geile Karte. I like it big. So. So. Ach. Die geben wir auch in den Toppler oder gleich. Soll ja schön bleiben. Nochmal weg. So schön. Jane Duran. So. Piu. Nächste Packung. Das machen wir wieder. Spannender was du bringen hast. Oh. 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 Ups. So. Muss das kurz wieder richten. So. Jetzt kurz. Tja. Mein erster Stream und schon passiert sowas. So. Okay. Gordon Hayward. Malik Beasley. Tyler Hero. Clint Capella. Jose Alberato. Jane Slauson. Kevin Durant. Und eine Sheesh. Jaris Walker. Also Spaces Fan. Und wenn man die G-Liga ein bisschen. Ja. Betrachtet sag ich mal. Dann weiß man wie der Junge abgeht. Der Junge ist böser. Und Karl setzt den einfach nicht ein. Ach jo. Tut schon weh aus Spaces Fan. Dude. Gut. So. Das ist unser Speck. Nächstes Speck. Na. Kriegen wir noch ein Bände. Einen Bände. So. Jane McDaniels. Terry Rozier. Seth Curry. Wendel Carter Junior. Buddy Yield. Noah Clowney. Was so ein Clowney. Andrew Wiggins. Oh. Brent Miller. Ignition. Hübsche Karte. Hübsche Karte. Hübsche Karte. Hübsche Karte. Aber ich finde diesen Dude ziemlich arrogant. Schreibt es mir in die Kommentare was ihr von dem Typ haltet. Weiß nicht. Keine Idee. So. Gut. Nächste Packung. What do we have? James Harden. Jamal Murray. Jabari Walker. Harrison Barnes. Domantis Savonis. Kobe Bufkin. Trey Jones. Und. Giannis Antetokounmpo. City Edition. Kein Holo Effekt. So. 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 Okay. So. auf 99 Franz Wagner ich glaube ich weiß auch wie ich mich da wenden kann weiß auch wie nicht man gut sehr genial also wer Interesse an meine Karten hat auf meinem Ebay das verlinke ich noch in die Beschreibung oder ihr könnt euch gerne bei mir bei Insta melden und dann natürlich Chris Karts ihr seht es Top Zustand kommt da rein und nie wieder raus ja gute Packung nächstes Pack und wir haben noch 4 Packs 5 5 6 Packs wow ich mag schreibt mal was ihr von den B-Hoops haltet Patrick Beverly ich liebe den Typen er ist nur lustig Payton Watson Andrew Namheart naja er muss obwohl da schaut er richtig wie ein Viech aus aber ich soll leider nicht Walker Kessler Leonard Miller D'Angelo Russell Jane Rochefino Antony Black Sancho Bob oder Mowgli sag mal ja was ihr Mowgli oder Sancho gut gut nächste Packung gespannt 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 Dillon Brooks Luca Dantic Tarese Tarese Haley Burton Jane Williams Taylor Hendrix Kalender Rand Colby Jones Rui Hachimura Rui Hachimura Rui Hachimura Rui Hachimura Nächstes Anthony Simons Terry Eason Jammer Rand Benedikt Metterin Ich mag ihn sehr Lugan Stort LeBron James Cameron Whitemore und Jason Wallace Cason Wallace Wow, jetzt sechst du aber Buh Jetzt sind es ja doch noch 5 Bikes Gut, nächste Packung Okay Emanuel Quigley Ich weiß nicht Ewan Mobley Nikola Jovic Jovic Sadiq Bey Joel Embiid Chad Howard Und Eine Jammer Rand Holo Und wie Hoops Schön, sehr schön Card No. 17 Und Wie ist die Revise Man nehme ein Sleeve Und Einen Top Loader So Mexiko Okay Garry Trent Jr. Ewan Fonier PJ Washington Jared L Bam Adebayo Ewan Thompson Jan Pickett And James Harden Letzte Packung Tag 1 Box 1 Jane Drew Holiday Hm Die sind nicht irgendwie Babotten Gehen wir nach Boston So Michael Conley Jonas Jonas Junos Richtig Top Season Gefällt mir richtig gut Diese Season Tim Holloway Jr Dwayne Waite Andre Jackson Und Andrey Jackson Noah Clowney Noah Clowney Gut Das war also Box 1 Box 2 Werde ich in einem extra Video machen Da ich Ich glaube Das muss ich jetzt schon langsam abspeichern Dann sehen wir uns gleich wieder Zuerst noch Die Geilen Puls Einmal Jane Duran Hoops Inc Holo Franz Wagner Auf 99 NBA Hoops John Moran Oh yeah NBA Champions Karte Sehr genial Und Road to the Finals RJ Barrett Genial Zeig mal was ihr von den Karten hält Haltet Ja Nervösität Wir sehen uns gleich wieder Hi Leute Jetzt sind wir wieder zurück Kurze Pause Das war ein harter Schnitt Ein harter Schnitt Für die Menschheit Aber nicht durch die Packung Ne Gut Dann packen wir mal aus Da ist kein Schnitt Da ist kein Schnitt Da ist kein Schnitt Die Packung ist ganz süßig Aber die Packung Wie schaut denn die aus Mit der fangen wir gleich mal an Zweite Box Erste Packung Was haben wir da hin Was haben wir da hin Manuel Quigley Ben Simmons Ewan Mobley June Stewart June Stewart Stephen Curry Brandon Miller Ist das schon unser Auto? Das ist schon unser Auto Wir warten noch Die machen wir als letztes Die lasse ich da liegen Das sieht sehr schön LeBron James City Edition Gut Nächstes Nächste Packung Drew Holiday Peyton Richards Richard Nikola Jovic Sadiq Bey Jonas Willenkunis Trae Young Jane Wilson Und einmal Hubla Carly Irving Richtig schicke Karte Mal nehmen Sleeve Stanley Und Jack Und dann tun wir da rein So Nächstes Pack Mike Conway Kelly Oubry Tyrese Maxi Tim Holloway Jr McAuley Jason Tatum Mohamed Gouyer Und Mason Plumlee Number Auf 199 Ich mag ihn nicht Das habe ich jetzt scheiße gemacht Besser Der guckt mal hier In den Sleeve So Nächste Packung Gespann 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 Tobias Der arme Kate Cunningham Luke Kenner Warum der Arme Weil sie 28 Spiele In Folge Vorgehörungen haben Lory McCannan Tristan Vukovic Victor Vembiana Wenn man schon zwei hat Und einmal Kevin Durant Man weiß ja nie Man weiß ja nie Gut So Die tun wir wieder weg Nächste Packung J. Sean Tate DeAndre Ayton Bones Highland Kevin Hörter Jaden Ivey Kelton Johnson Scoot Henderson Darius Garland Patrick Williams RJ Parrott Looney Walker Osman Dien Danny Green Kevin Garnett Jordan Hawkins Und Jason Tate Oh 75 Oh man Oh man Oh man Yeah Yeah Einfach Yeah Schauen wir es genau an Alles einwandfrei Die kommt jetzt in eins Lüge Zipi Zipi Oh man Zipi Ach den Dud Gehe ich sicher so am Arsch Na ja Gut 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 Jason Tate Aus 75 Oh yeah Oh yeah Oh yeah 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 Gut Nächste Packung Nächste Packung Cantorvius Corvo Pope Damian Lillard Mats Turner Drehen wir mal um Das ist ein Peser Das ist ein Peser Kenyon Martin Devonta Graham Billard Corby Vince Carter Coyote George Gut Den kennt gerne Den will gerne Den Kameradra Gut Nächste Packung Oder habe ich was vergessen Jetzt Nee Das komme ich schon durcheinander Peter hat mich auseinandergebracht Auseinandergenommen hat er mich Im Basketball Vielleicht Braille Bill Donovan Mitchell Davion Mitchell He Okay Donovan Mitchell Davion Mitchell Sind die verwandt? Weiß das jemand? Gerne in die Kommentare Bojan Bogdanovic Aaron Wiggins Grady Dick Jeremy Sochan Gigi Jackson Das war ja mal Nixi Ein Nixi So Nächste Packung Ich werde mir kurz ein bisschen Platz machen J Crowder Jim Brown Kyle Lori Das sind alle Bis auf die letzte Kyle Lori AJ Griffith Cam Radish Maxwell Lewis Max Christie kuli 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 bei bali kuli bali klingt wie ein lustiger song karten machen bock mitchell robinson spencer dinwiddie brooke lopez carys levert kevin love chris murray anthony edwards jabari walker josh minot k jones zion williams johnny davis derrick rose tomali kamara shaquille o'neal city edition donovan mitchell nix russle westbrook ogian noobie so noobie michael porter jr oh jetzt kommen wir zu den treingen namen simone fontaggio mason plumley mason plumley haben wir ernummerd und so thompson draymond der killer green oh anthony edwards und lilla purple sorry purple nennen wir es purple denn es ist purple denn es ist purple so gut nächstes pack wie viele dnb hoops suckers merlin in comment turn please gut eric gordon kobe white keegan murray james wiseman james wiseman derrick lively luca donchich nick smith jr eastern conference final spam other bio sheesh sheesh i like it number 499 da schreit ja für mich noch ein case nechste packung jane bronson michael britches shakiness alexander max strauss jake lavi lavi lavia jonathan cominga james magi und brenton miller now playing ja hm 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 wirklich schön wirklich schön wirklich schön überhaupt bisschen rausgefahren schauen es schon was ha na jo nö jo nexte packung oh oh motherfuckers motherfucker hm hm Ich schimpfe zu viel, ich weiß. Doofes Wort. Aber wenn ich mich freue, sage ich mal auf Hörer. Paolo Banchero. Rudy Gobert. Das ist eine Totally-Boxer. Trae Young. Da ist ein Daniels. Oh, Scheiße. Cason Wallace. Anthony Davis. Gigi Jackson. Und jetzt Jason Tatum. NBA Hoops. Presentations. Tja. Preisvorschläge gern an mich. Die Karte. Halt mal näher ins Licht. Nein. Ich glaube, die hat nichts. Nein. Das ist eine clean Karte. Perfekt. Clean Karte. Clean es lief. Ich stecke sie irgendwann später in einen Brief. Ach man. Perfekt. Gino. Also wenn das keine Tatum-Box ist, jetzt müsst ihr nur noch Rookie sein, dann wäre es auch der Gravano drin. Dann fangen wir an mit einem Lamello-Ball. Dann fangen wir an mit einem Lamello-Ball. Ich glaube, da ist der Gravano-Ball. Dann fangen wir an mit einem Lamello-Ball. Dann fangen wir an mit einem Lamello-Ball. Dann fangen wir an mit einem Lamello-Ball. hier bleibt mir neue kunstkanten zwang springen ich muss noch für meine nabe entschuldigen aber ich bin zweimal operiert und werde am 22 jänner wieder operiert also ja da werden dann die unboxings wieder aus nächste pack marjon bichamp merkel brockton shake mit milton sorry milton milton the angry hunter derius garland devin weasel kian george kevin durant fisch nehmen natürlich an schlief perfekt so viele packen wir noch ein paar carrie erring alperin singen singen so dem in booker robert coming the aaron fox lebron james marcus sasser anti gravity das pullstress des weißes seit den 90ern es ist einfach geil das ist einfach ein geiles basketballdress was solltet ihr vom weißen pullstress wir sind gespannt pascal siakam jane green jane williams i hate jane williams marvin bigley scoot henderson jetzt drehen wir gleich nur mehr um jane slausen kevin durand an kobe brown wie findet der kobe brown also mir wäre noch nicht aufgefallen i hate so much i hate it man probiert sie immer wieder aber es ist besser man macht es so macht es einfach so spart sich ärger und habt schöne ecken ich stehe auf deine ecken jane mcdaniels deandre jordan malik monck oh meine freundin kommt vom einkaufen zurück ivi zu zubatsch john collins anthony black jenny santa d oh paul george high voltage holo nice also das zweite pack pack immer sage ich pack die zweite box hat sie in sich die zweite box hat sie in sich die zweite box hat sie in sich das einzige wenn die wieder aus der box kommen also aus dem top loader ist wenn ich fotos mache und dann pack ich schnell wieder ein da bin ich gar nicht ganz vorsichtig so nächste pack matisse tibula alex caruso julius randall marcus smart jordan poole leonard miller d'angelo rust coole die balli hol das balli holst du balli coole balli coole das balli mann kann das nicht unterlassen aber der name ist so beschissen habt ihr das auch manchmal mit einem namen dass du die überhaupt nicht aussprechen könnt oder einfach nur komisch findet das ist auf jeden fall ein name den ich sehr komisch finde so, nächstes Pack, ich rede schon wieder an den Ruf The Mother Rosen Quentin Grimes Normal Powell Victor Lodipo Gary Payton der Zweite Ollium Maxence Prosper Nikola Jokic und wen haben wir da in lila den Gary Payton den Zweiten so das tun wir da das tun wir da Royce O'Neill Chris Middleton Isaac Okoro Caleb Martin Bogdan Bogdanovic Amari Bailey Clayton der Mother Rosen in Holo NBA Hoops na das Eck hat aber da schon einen kleinen aber das ist halt Produktionsfehler was soll man da machen na schatz da ist es schon wieder seht ihr diesen echt schade aber ansonsten bis auf das kleine Eck da eine sehr schöne Karte aber mindert halt den Wert extrem das ist doff ah der Mother Rose sehr cooler Spieler ich finde so eine Lebensgeschichte allgemein cool bis auf das Alter kleiner Gangster war so aber waren wir das nicht alle okay letzte Pack und danach lösen wir das Autogramm auf bis zum Schluss so letzte Packung machen wir auch extra langsam jetzt haben wir das mit so ein bisschen noch dauert Robert Williams der Dritte Nass Reed Mark Williams ich mag ihn sehr Trey Murphy wieder umdrehen Jalen Johnson Jordan Walsh ich weiß, ich wollte langsam machen Reggie Bullock End Chad Howard so ich weiß, einschneiden aber wer der fuck ist Chad Howard so gut jetzt kommen wir zum spannenden ich werde das jetzt mal kurz versuchen dass man es nicht sieht und umdrehen so bin ich für mittig ja gut schauen wir nach es ist NB Rookie Inc Jalen Hujefina Jalen Wilson Brooklyn Nets habe ich noch nicht so verfolgt die Brooklyn Nets muss ich sagen die sießen aber ist mit ist auf jeden Fall eine nette Karte mal schauen haben wir ein bisschen er hat schon was Druckfehler naja trotzdem schönes Autogramm wenn man nicht so pingelig ist und nur ein Autogramm will hat man da eine sehr schöne Karte man muss die Ecken ja nicht noch mehr mal drittieren als sie es schon sind so ich hoffe jeden Fall euch hat mein Unboxing Video oder meine Unboxing Videos gefallen ich lege jetzt noch einmal alle Karten auf schauen wir mal die cool waren wo haben wir denn die coolen Karten hier alles markus martin an bord wegen jetzt einfach mal ich mach mal so die legen einfach und die ganzen anderen woher hat sie nur die jahre ist amt die kompo bremänner jairus walker kursmann der barry smith jp jamie sequest junior die karte geben sie haben williams wasser thompson gut leute es hat mich gefreut ich hoffe euch hat es gefallen und bis zum nächsten mal